Hey, es kann doch einfach nicht wahr sein, dass diese komischen Kackelfen und so fertig machen. Es kann es doch einfach nicht sein. Ja, schön. Ja, schön. Nein, 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 nein. Ja. 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 Ich verstehe es. Ich verstehe es echt nicht. Das kann doch einfach nicht wahr sein, was hier los ist. Ich kann... Ach man, es nervt einfach so. Es ist so nervig. Ich hasse das. Wieso kann ich das denn nicht anwenden? Wieso habe ich die denn gelernt, wenn ich es nicht anwenden kann? Ja, es nervt wirklich. Ach so. Scheiße, du. Ja. Ja, jetzt bin ich aber tot. Ich gebe mich doch am Arsch, ey. Ja. 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 Es macht mich einfach aggressiv. Ich hasse sowas. Ich hasse es. Ich kann das überhaupt nicht leiden. Und das, was hier passiert, ist gerade einfach... einfach scheiße. Kann ich gleich eigentlich meinen, äh... Ja, ich weiß es doch. Kann ich... Warum kann ich Butters nicht tauschen? Ich möchte Buttersch... But... Buttersch... Wait, whose turn is it? Hurry up! Oh, jeez! I have to go to the bathroom! Feel my righteous fury! So... You're mine now! You're straight trippin' son! Vor allen Dingen, Butters ist... Oder... Die sind zu dritt und wir wieder nur zu zweit. Und die übertreiben einfach so grun... Oder so übertrieben. Was halt auch einfach nur nervig ist. Es kann es doch nicht sein, oder? Es kann es doch einfach nicht sein. Warum?! Ich... ey... Ja, komm, kotzt dich schön aus. Hoffentlich verreckst du gleich. Nervst nicht. Ja, Butters ist schon wieder tot. Alter, kotzt mich einfach noch an. Der schießt uns zweimal ab und wir sind tot! Und... Es kann doch echt nicht wahr sein! Es kann doch nicht wahr sein! Sei leise! Ja... Läufe auf! Der once war a Maiden from Stoneberry Hollow. Der once war a Maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Come on, Newkid! Let's show them what we can do! Oah! Es hat endlich mal geklappt. Es hat einmal geklappt. So, was ist wenn ich den jetzt... You're not waiting on me, are you? So, helf ich den mal damit ab? Ja, ich habe zu früh geschlagen, weil ich Angst hatte, dass er wieder überträumt. Das war jetzt natürlich doof von mir, tatsächlich, aber so, jetzt ist er wieder in einer scheiß Konterhaltung und nervt uns. Ja, ich habe eine schöne Lange, die sie set up hat, die Maiden von Stoneberry, die auch deine Mutter. Ich verstehe es, ich verstehe einfach nicht, warum wir das nicht benutzen können. Ich raffe das irgendwie überhaupt nicht. So. Der ist halt schon wieder in so einer scheiß Konterkack. Oh Gott, er ist tot. Er ist tot. Nein, das war falsch. Ich möchte erst mal, dass er so ein Ding kriegt. So. Jetzt. Ja, was für Schleiße. Das Butter ist auch gleich tot wieder. Ja, das war's. Willst du mich verarschen? Als ob die jetzt schon wieder regeneriert sind. Hä? So. Könnt nicht alle mal. Dann geh. Es hält dich keiner auf. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn falsch mit denen? Ich hätte das anders machen sollen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich mache das einfach noch mal. Ich hoffe, das geht. Jetzt kann ich... Ah, ich kann das nicht nochmal benutzen. So eine Scheiße. Ähm. Wo kann ich das? Ich weiß nicht, ob das clever ist. Ich glaube nämlich, das würde auch reichen. Ja, das ist so gut. Das ist so gut. Ey, das ist doch nicht der... Nee, komm. Ja, stirb. Wow, w-w-w-what a butt-kicking. Ja! Ja! Ich hab's geschafft! Ja! Ja! Boah, ist das nervig gewesen. Alles klar. Benutz die Furzgranate an offenem Feuer, um Explosionen zu erzeugen. Halte-G gedrückt, wenn du die Furzgranate ausgewählt hast. Dann ziehle mit der Maus und klicke mit der linken Maustaste. Alles klar. Warte. Zieh mit der Maus. Klicke mit der linken. Also, was ist denn hier schon wieder? Achso, hier ist Feuer. Ähm. Hey, Produce Bank. Up here. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. Ich kotze. Wir können also, ähm... Das ist natürlich sehr nervig jetzt. Macht es Sinn? Ich glaube, ja. So. Oh, jetzt kontern die wieder. Alter, nee. Nerv nicht. In your face. Let's go, asshole. Ah. Oh. Scheiße, wir haben nur noch einen Peiltrank. Und mein Inventar ist voll. Das nervt mich total gerade. Ähm. So. Scheiße. Frage ist... Was macht so was? Wait, who's turn is it? Mana macht. Hurry up! Ja, warte doch mal. Ich weiß nicht, ob es das... Ob das halt was bringt. Ich glaube nämlich tatsächlich nicht. Deswegen... Du kannst gerne gehen. Ich habe nichts dagegen. Es hält dich keiner auf. Ah! Du wirst nicht auf mich warten, oder? Ah! Ja, das ist auch gar nicht so schlimm. Äh, dann benutze ich jetzt den Heiltrank. Ich weiß nicht, ob es nicht so schlimm ist. Ey, im Ernst. Das kann doch auch alles nicht anders. Im Ernst. Ich weiß nicht, ob er den jedes Mal wieder heilt. Was ist denn das für ein komisch scheißiger Kackvogel? Darf ich bitte nochmal von vorne anfangen? Ich würde dann nämlich ganz gerne den hier bitte als erstes auch umbringen. Weil der nervt. Der nervt hart. Warum darf der mich zweimal angreifen? Ach, komm. Fick dich doch selber. Es tut mir echt leid. Das Spiel macht nicht so etwas, was... Nein. Aber wieso? Wenn ich jetzt nochmal von vorne anfangen muss. Ey, das kann doch... Das kann doch nicht sein, oder? Ich muss doch jetzt nicht im Ernst wieder von vorne anfangen. Wie scheiße ist das denn jetzt bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Du bist noch nicht auf mich, sind du? Ach, komm. Oh, oh, oh. So, jetzt ist er wieder scheiße drauf und nervt. Es ist doch echt nicht lustig. So, mach's gut, Junge. Im Ernst. Moment mal, warte mal, wer ist denn dran? Er ist dran. Dann nehmen wir wohl den. Ah, so. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Er hat noch vier. Das kann doch echt nicht sein hier. Wow, w-what a butt-kicking. Get down there and finish them off. I will protect the s-stick of truth. End of the life, fucker. You are fucking dead. Hey, Sir Deucebag, up here. You're not getting happy. Hey, Sir Deucebag, up here. Come on, kid. Scheiße. Scheiße. Kacke. Hey, Sir Deucebag, up here. Können wir... Können wir die Event-Scheidung gehen? Nein. Hey, Sir Deucebag, up here. Nein, ernsthaft. Wir können die ernsthaft nicht von hier umbringen? Hey, Sir Deucebag, up here. Ich... Warum geht das nicht? Warum? Ich verstehe es schon wieder nicht. Hey, Sir Deucebag, up here. Ja... Hey, Sir Deucebag, up here. Ach, da oben! I'll handle this. Ach, nein! Ow! 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 My ankle! I think it might be broken. Maybe I should take a look at it. Broke! Haha! That's funny! My ankle! I think it's twisted. You guys go ahead. I'm done for. I'm happy to heal the thief, but I need your command, my lord. That's how the game works. Your word is the command, my lord. The stick is ours! Scheiß ist hier euers. Hey, willst mich... Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch schon wieder nicht wahr sein. Ja, nein. Einen Scheiß konterst du hier irgendwen, mein... Was will er denn eigentlich mit seinem... Was? Spielst du mich irgendwie verarscht? So. Das hat sich auf jeden Fall mit ihm schon fast erledigt. Ach, scheiße! Stimmt ja! Ach, so ne Kacke! Ja, komm, geh weg! Ja, komm, geh weg! Scheiße! Wait, who's turn is it? Wait, who's turn is it? I have to go to the bathroom! So... Feel my righteous fury! Fuck this shit! Wir haben gar keine Dinger ins Manor. Jaha! Kann ich? Kann ich? Nein, schade eigentlich. Gut. Okay, das hat genau gar nichts gebracht, was natürlich jetzt sehr ärgerlich ist. Ja, tschüss! So, komm! Ja! Oh Gott! Das haben wir auch geschafft! Ja! Oh Gott! Wieder alles mitnehmen? Ja, ich merk's! So, dann können wir jetzt hochgehen, oder? Können wir nicht. Können wir nicht. Ja! 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 Hallo! So, dann gehen wir jetzt endlich mal raus!